Das kann ich nicht zulassen. Es muss jemand anders geben, der uns helfen kann. Jemand, der klug und weise ist und viel Lebenserfahrung hat. Patrick? Patrick, Patrick! Hallo, Spongebob. Ich war bei der Arbeit und dann kam mir Jungfraumann und Blaubasch-Bub und dann hatte ich diesen Gürtel und guck mal. Eine Tadeos-Spielfigur. Gewehr, ich will auf. Nein, Patrick. Starfighter-Pilot. Stutz, boob. Patrick. Und jetzt kommt die Riesenfrau. Nein, das ist keine Spielfigur, das ist der echte Tadeos. Ich habe ihn aus Versehen verkleinert. Ach so. Und hier kommt die Riesenfrau. Verstehst du das nicht? Ich meine es ernst. Ich weiß nicht, wie man ihn wieder vergrößert. Vielleicht bleibt er für den Rest seines Lebens so. Ach, mach dir darum keine Sorgen. Er findet schon jemand, der ihn will. Meinst du wirklich? Na sicher. Es muss nur jemand in seiner Größe sein. Wie diese Gurke. Siehst du, sie mögen sich. Nein, 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 nein. Wenn ich nur wüsste, wie man das Ding bedient. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Weißt du, was das Problem ist? Was? Es ist eingestellt auf M. Für Mini. Wir stellen es einfach um auf W. Für Wambo. Ich weiß nicht. Ist Wambo ein richtiges Wort? Na, hör mal. Weißt du? Ich Wambo. Du Wambo. Er, sie, es Wambo. Wambo. Wambo N. Ich frage mich, ob ein Stutz aus dieser Lühe reicht, um mich hinzubringen. Wambo-Wama. Wambo-Logie. Die Lehre des Wambo. Das ist doch für Erstklässler Spongebob. Ach, ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Na ja dann. Feuer frei. Es ist...